Wenn wir uns mal anschauen, auch vertrieblich, was sind so Themen, die bespielt werden in der Vergangenheit, was sind Themen, die jetzt auch nachgefragt werden, dann sehen wir im liquiden Bereich eben, dass passive Produkte einen Zulauf haben und auf der Aktivseite eine Spezialisierung auch stattfinden. Das Finale der fünften Staffel von Future Funstars ist beendet und wir haben wieder einmal einen würdigen Sieger gefunden. Mit dabei als Partner und Sponsor der Veranstaltung war auch wieder die Service KVG Ampega und unter anderem mit dabei David Kranfeld auch, der dort das Service KVG-Geschäft leitet. David, hallo, herzlich willkommen David, hier bei uns im Kölner Studio nach der Veranstaltung von Future Funstars. Hallo Tim, danke für die Einladung. Ja, ihr wart auch als Sponsor wieder dabei, live in Mannheim. Warum seid ihr immer noch, sage ich mal, Sponsor von Future Funstars? Das zweite Mal sind wir hier als Sponsor gewesen. Das ist eine extrem gute Partnerschaft, die wir hier erfahren. Als Service KVG sind wir immer auf der Suche nach neuen Ideen, Ansätzen und das ist ein sehr gutes Plattform, Veranstaltungsformat, um hier auch interessante Ideen zu finden. Unter anderem auch in der letzten Staffel war ein Vorberater dabei, der es auch jetzt ins Finale geschafft hat, der bei euch auf der Plattform ist. Insofern habt ihr da durchaus Erfahrungen gesammelt. Was muss denn ein Vorberater mitnehmen, um dann auch bei euch oder zu euch als Service KVG zu passen? Das ist das Gesamtpaket, was wir uns anschauen. Wir haben ein Business Case, den wir aufstellen für jedes Vorprojekt, welches wir initiieren. Dazu gehören die Themen eben auch, wie sieht das entsprechende Fondsvolumen aus, mit dem der Initiator starten möchte. Welches ist die dahinterstehende Sales Story eben auch? Können die selber Vertrieb machen? Die Boutiquen müssen wir oder sollen wir mit unterstützen vertrieblich? Und wie sieht der Investmentprozess bzw. auch das Thema aus, welches bespielt wird? Sodass das Gesamtpaket stimmig und rund sein muss, dass wir uns dafür entscheiden, mit einem Partner einen Fonds aufzunehmen. Es gibt wahrlich viele Fonds, es gibt auch sehr viele Fondsideen, die dann teilweise auch nicht umgesetzt werden oder werden können. Müsst ihr da auch als Service KVG vielleicht insgesamt etwas restriktiver sein, was die Fondsideen angeht, die ihr dann eben bei euch auf die Plattform andockt? Ja, in der Tat. Wenn wir uns mal anschauen, auch vertrieblich, was sind so Themen, die bespielt werden in der Vergangenheit, was sind Themen, die jetzt auch nachgefragt werden, dann sehen wir im liquiden Bereich eben, dass passive Produkte einen Zulauf haben und auf der Aktivseite eine Spezialisierung auch stattfinden. Wenn wir mal in den Bereich Fixed Income nehmen, wo wir jetzt am Pega auch eine sehr hohe Rentenexpertise haben, eben von Kurzläufer bis hin Euro-Renten-Fonds als auch Credit Opportunity, die Bandbreite dann auch nochmal hier erweitert worden ist im Anleihenbereich mit den Alternatives, mit dem Kolibri, dann sind das wirklich spezialisierte Themen, die wir auf der Aktivseite eben auch sehen, die wir uns anschauen und die dann immer auch zu unserer Vertriebsstrategie passen müssen, dass wir glauben, dass das Thema eben auch Zulauf hat für unsere Vertriebspartner, wir entsprechend auch Absätze generieren können. Du hast dann auch nach vorne geschaut aus laufendem Jahr 2024, das Fixed Income Thema, das ein großes Trendthema ist bei euch und in der Branche generell? Ist ein Thema, definitiv, wir haben das im letzten Jahr schon gesehen, es gibt wieder Renditen, die Marktrenditen, die sind gestiegen im Anleihenbereich, der Zins und so ist jetzt zurück. Allgemein hört ihr uns ja auch wieder, wir bespielen es auch in diesem Jahr auf dem Vorkongress mit unserer Fixed Income Expertise. Wir haben mit dem APEG-Rendite-Renten-Fonds, Euro-Renten-Fonds mit einer sehr langen Historie, guten Track-Record, wo, wenn wir von ausgehenden Zinssenkungen die Mitte des Jahres kommen, wird nochmal profitiert. Dann haben wir auf der Credit-Seite auch einen guten Fonds. Das heißt, von der Kern-DNA sind wir ein sehr rentenlastiges Haus, weil wir ja auch für den Konzern die Assets managen. Und deshalb, Renditen sind da, Zinsen wahrscheinlich gehen zurück in diesem Jahr und da wollen wir für unsere Vertriebspartnerinnen und Partner auch entsprechend mit den Fixed Income Produkten dabei sein. Insofern vor allem Fixed Income Strategien im Fokus, aber auch spezialisierte Fonds-Boutiquen, die auch natürlich eine eigene Business und erfolgreiche Sales Story am besten mitnehmen für die Service KVG am PEGA. Und David Kranfeld, vielen Dank für deine Einblicke. Danke dir. Danke dir.